Lieber Kollege Pilger, wenn Ihnen die Redezeit zu viel ist, bitte nehmen Sie zur Kenntnis, das Wahlergebnis ist, wie es ist. Und wenn Sie der Meinung sind, dass wir zu viel Redezeit haben, bemühen Sie sich endlich um Ihre Wähler. Das ist das Erste. Das Zweite, ich möchte hier ganz eindeutig richtigstellen. Ich habe den Ist-Zustand in meiner Rede beschrieben und Sie haben den sogar noch mal bestätigt. Sie werfen mir aber trotzdem Fake News vor. Das ist einfach unredlich. Vielen Dank. Herr Kollege Pilger, wollen Sie antworten? Dann liegen mir weitere Wortmeldungen zu diesem Einzelplan nicht vor.